Wie oft habt ihr mich gefragt, wann endlich das Review zur Geekbarm Move rauskommt? Heute ist es endlich soweit. Ich werde euch meine Erfahrungen zur Geekbarm Move plus ILS in diesem Video auf jeden Fall sehr, sehr transparent mitteilen. Und es wird auch ein paar Dinge geben, die nicht so erfreulich sind und die nicht so toll waren in Bezug auf die Geekbarm Move. Dazu aber später mehr. Es lohnt sich also wie immer, dran zu bleiben. Die Geekbarm Move plus ILS ist ganz offensichtlich eine Weiterentwicklung der Geekbarm Move, wie wir sie bisher kennen. Was direkt ins Auge stößt, ist hier der Moving Head, der jetzt deutlich größer ist, trotzdem noch sehr kompakt. Und was uns auch deutlich ins Auge sticht, sind die größeren Linsen hier bei den Strobe-LEDs. Insgesamt kann ich sagen, dass meine ganzen Kritiken, die ich an der Geekbarm Move, also an der ersten Version hatte, hier alle beseitigt wurden. Das Licht, also die Lichtmischung und die Lichtstärke der verschiedenen Scheinwerfer und Strahler sind viel harmonischer aufeinander abgestimmt. Die Moving Heads haben mit 32 Watt jetzt auch eine Leistung, die man deutlich spürt. Also wenn man jetzt irgendwie im Raum an der Wand dran leuchtet, dann ist das nicht mehr total verblasst, sondern da kommt wirklich auch noch richtig Lichtleistung an. Also das merkt man. Die Derbys oben mit dieser kompletten Scheibe da vorne, also nicht mit dieser Gittertrennung aus Metall, wie man es teilweise bei anderen Herstellern auch schon gesehen hat, finde ich auch eine schöne Sache, weil dadurch, dass trotz da ja keine Farb-Misch-LEDs drin sind, man trotzdem so ein leicht gemischtes Licht sieht, wenn man auf die Derbys schaut, nur die Punkte an der Wand, das sind dann wirklich RGB und W. Also wir haben hier auch eine weiße LED verbaut im Derby, was ich auch sehr, sehr cool finde. Cooler Effekt, wirklich eine weiße LED hier zu verbauen. coole Idee. Der Laser ist nach wie vor nicht Klasse 2B, das heißt für den Laser benötigt ihr einen Laserschutzschein. Also wäre sinnvoll, benötigen tut man ihn auf Privatveranstaltungen eigentlich nicht. Sobald ihr öffentliche Veranstaltungen macht oder Firmen feiern oder so, benötigt ihr ihn eigentlich. Ist aber auch auf privaten Veranstaltungen anzuraten, einen Laserschein zu machen. Ist jetzt aber keine Laserklasse, die jetzt irgendwie vom TÜV abgenommen werden muss. Dafür ist er nicht stark genug. Hat einen Schlüsselschalter. Alles, was so an Sicherheitseinrichtungen notwendig ist, ist hier vorgehalten für den Laser. Von daher eine super Sache. Insgesamt muss ich sagen, ich bin ein Riesenfan von diesen Kombibars und ich bin auch ein Riesenfan davon. Ich finde es super, dass man hier jetzt mal bewegtes Licht auch an so einer Kombibar dran hat, das man auch benutzen kann. Weil ihr kennt ja meine Videos über die normale Gigbar Move und auch über die Scan Next Bar. Und bei beiden war ich mit der Lichtleistung der bewegten Effekte einfach nicht so zufrieden. Das hat man hier halt jetzt wirklich vollständig ausgemerzt. Also wir haben jetzt hier wirklich eine sehr, sehr gute Lichtleistung und das finde ich wirklich super. Großer Vorteil an diesen Bars ist natürlich, draufstecken, anschließen, los geht's. Und was man auch nicht vergessen darf, viele von euch wollen ja überhaupt keinen Stress mit der Lichtsteuerung und so haben. Und hierfür gibt es von Cheve jetzt das ILS-System. Also die Gigbar Move heißt ja auch Gigbar Move plus ILS und die Gigbar Move funktioniert hier auch als Master. Was bedeutet ILS? ILS ist im Prinzip ein internes System, was dafür sorgt, dass die Komponenten, die vom gleichen Hersteller sind, also das ist Voraussetzung, wenn ihr also das ILS verwenden wollt, dann müssen auch eure Moving Heads, ich weiß nicht, ob man sie hier auf dem Video hier zieht, aber ich habe hier rechts und links noch die Intimidator Spots, 160 drauf, auch die ILS-Variante. Und jetzt könnte ich quasi nur über ILS meine Lichtshow mit einer Fernbedienung oder mit dem Fußtaster, der natürlich auch bei der Gigbar Move dabei ist, steuern, Sound to Light. Und es würde aber zueinander passen. Also die Moving Heads hier würden dann quasi das Gleiche machen, wie die Moving Heads an der Gigbar. Und das finde ich gerade für DJs, die sich jetzt nicht so mit dem Thema Lichtsteuerung auseinandersetzen wollen, auf jeden Fall eine gute Lösung. Ich persönlich nutze die Gigbar Move immer mit Sound Switch, also in Kombination hier mit meinem Prime 4. Da funktioniert es auch sehr gut. Allerdings muss ich hier eins dazu sagen. Wenn ihr irgendeine Software verwendet, Das Light, Sound Switch, Light Rider, Da hat man mit solchen Bars eigentlich immer ein Problem. Denn diese Bars werden immer als ein Gerät angelegt. Und viele Funktionen in der Software sind dann nur auf den Master, also auf das ganze Gerät möglich. Das haben wir in unserer Sound Switch Projektdatei anders gelöst. Wir haben da tatsächlich jedes Gerät, jede Komponente einzeln angelegt. Und dadurch kann man natürlich bei Sound Switch auch ein viel, viel besseres Ergebnis erzielen, als man das kann, wenn man die normale Projektdatei von Sound Switch benutzt. Also in diesem Sinne, wenn ihr Sound Switch nutzt, kann ich es euch nur einmal mehr ans Herz legen, unsere Projektdatei zu nutzen, weil damit ihr einfach viel, viel individueller das Licht gestalten könnt. Und auch die Auto Loops viel, viel besser erstellt werden, als das jetzt passiert, wenn man die Geek Bar mit der Projektdatei, beziehungsweise mit der Sound Switch Ficture direkt benutzt. Also es ist ein riesen Unterschied, während bei der Projektdatei, die man erstellt, wenn man sie selbst erstellt mit der Geek Bar Move, nämlich die Bar eigentlich immer das Gleiche macht. Das heißt, alle Lampen rot an, rot aus, rot an, rot aus. Es ist bei unserer Projektdatei so, dass wirklich eine richtige Lichtshow entsteht. Und das ist, finde ich, schon ein sehr, sehr großer Unterschied, den man auf jeden Fall bedenken sollte. Also zusammenfassend kann man sagen, Lichtsteuerung, gerade diese Automationssoftwaren, Sound Switch, Light Rider, ist eigentlich eher ein Problem, nicht aber mit unserer Projektdatei, zumindestens bei Sound Switch. Ansonsten, wenn man es an ein normales Lichtpult anschließt, kann man natürlich jeden Scheinwerfer einzeln ansteuern und dann ist das auch kein Problem. Die Geek Bar Move ILS hat drei Programme, also einmal mit drei Kanälen, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Man kann sie mit 28 Kanälen ansteuern und mit 50 Kanälen. Wir haben hier die Variante mit den meisten Kanälen ausgewählt, würde ich auch empfehlen, weil dann kann man wirklich auf alles ja auch sehr flexibel eingehen. Die Moving Heads haben insgesamt neun Gobos und auch da finde ich es sehr schön, wenn man die 160er ILS Moving Heads dazukauft, haben die genau die gleichen Gobos, auch in genau der gleichen Reihenfolge, sodass alles auch aufeinander abgestimmt ist. Also neun Gobos plus natürlich einmal Open, ja, also im Prinzip zehn Gobos, ja, sodass man hier auch eine Auswahl hat an verschiedenen Gobos, die wirklich schön aussehen. Die Paarscheinwerfer haben hier RGB, A, W und UV. Also RGB, Rot, Grün, Blau, A, Amber, W, Weiß und auch UV-Licht. Ist sehr, sehr cool, finde ich sehr, sehr nice. Sieht super aus, also gerade Amber bin ich ja ein riesen Fan davon. Und die Lichtleistung liegt hier bei, ich muss jetzt gerade mal nachschauen, 5, 6 Watt, bei 6 Watt pro LED, 6 Watt. Da kommt schon einiges aus, ich muss aus der Praxis sagen, das reicht. Die Stropes, die haben jeweils 5 Watt pro LED und wie gesagt eine größere Linse, dadurch eine viel krassere Lichtausbeute, also das sieht schon sehr, sehr viel krasser aus. Und insgesamt verbraucht die Bar etwa 250 Watt. Das ist insofern sehr, sehr spannend, weil ihr natürlich auch immer ein bisschen schauen müsst, wie viele Geräte hängt ihr an einem Stromkreislauf drauf. Also da immer so ein bisschen drauf achten, dass ihr da im zulässigen Rahmen bleibt. Mit dabei bei der Gigbar Move sind auch jede Menge Zusatzteile. Ich habe es vorhin schon erwähnt, es gibt die Fernbedienung, die mit dabei ist. Es gibt aber auch zusätzlich noch mit dazu einen Fußschalter, also nichts muss man da extra kaufen. Und sogar ein passendes Stativ wird dazu geliefert. Das heißt, ihr braucht euch noch nicht einmal ein Stativ kaufen. Wenn ihr euch die Gigbar Move kauft, dann habt ihr im Prinzip alles mit dabei, was ihr braucht, um loszulegen. Finde ich auch eine schöne Sache. Mein Fazit nach jetzt gut einem halben Jahr Nutzung. Und ihr wisst es, ich bin hauptberuflich DJ. Ich bin wirklich jedes Wochenende on Tour mit der Anlage. Also ganz, ganz selten, dass ich mein Wochenende zu Hause bin. Und wenn ich ein Wochenende zu Hause bin, dann bin ich an einem anderen Wochenende zwei, dreimal dafür unterwegs. Ich muss jetzt wirklich sagen, ich bin sehr zufrieden. Also die Anlage macht bei mir einen sehr, sehr guten Job. Die Lichtausbeute, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, ist super. Die Harmonie zwischen den Effekten ist super. Mit unserer Projektdatei funktioniert auch alles super. Also ich bin sehr zufrieden. Ich habe aber eine kleine negative Erfahrung gemacht, also die ich selbst gemacht habe. Dafür, ach, ich blende es euch ein, bis ich das jetzt hier vorgezogen habe. Und zwar gab es bei der ersten Charge, die ausgeliefert ist von Chevy DJ, ein kleines Problem oder mehrere kleine Probleme. Kommen wir gleich dazu. Aber ein kleines Problem, was auch mich betroffen hat. Und zwar war diese Aufschweißmutter, die quasi die Schraube hält zur Befestigung am Stativ, nicht ordentlich angeschweißt und ist dadurch nach den ersten paar Benutzungen irgendwann mal abgebrochen. Ich habe das dann ganz einfach von meinem Nachbar fixen lassen. Der hat ein Schweißgerät und kann gut schweißen und hat mir das richtig gut jetzt an die Bar angeschweißt. Aber das Problem, ja, war wirklich in der ganzen Charge. Das heißt, es gab viele, die dieses Problem hatten, ihre Gigbar einschicken mussten und dann eben repariert wieder zurückbekommen sollten. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, bei dem ich lange überlegt habe und weshalb auch dieses Video, dieses Review-Video so viel Zeit in Anspruch genommen hat, weil eigentlich geht das Video an sich ja nicht lange. Ja, also ich meine, was soll ich sagen? Es ist die Gigbar Move, sie ist besser als die davor. Ich bin super zufrieden, Lichtleistung stimmt, aber ich habe jetzt halt so ein bisschen meine Erfahrungen gemacht und dazu muss ich im Vorfeld auch ein bisschen ausholen. Wir hatten nämlich, also zum einen hatte ich ja von Chevy DJ jemand bei mir, das Video habt ihr ja bestimmt auch gesehen, der mir diese Bar schon vor Release präsentiert hatte. Und super cooles Video und hat auch mega viel Spaß gemacht. Der Björn, der damals dieses Video gemacht hat, war dann bei einem DJ-Treffen von mir hier auch vor Ort und hat eben diese Bar dort auch nochmal präsentiert. Da war sie dann schon auf dem Markt und hat in diesem Treffen oder bei diesem Treffen auch gesagt, dass ihm ja bewusst ist, dass Chevy natürlich vom preislichen Rahmen immer ein bisschen, also nicht gerade die günstigsten sind, sagen wir es mal so, was sie auch nicht nötig haben, weil sie machen jetzt auch keine billigen Produkte. Also das ist schon gutes Material. Die Begründung lag aber bei diesem Treffen darauf, und das weiß ich auch aus Erzählung, dass es bei mehreren Treffen auch gesagt wurde, dass das am besonders guten Qualitätsmanagement und an der Qualitätssicherung hängt, weil eben viele der Geräte, also fast alle der Geräte vor Ort nochmal ausgepackt und geprüft werden. Und unsere Erfahrung war einfach, dass das Bullshit ist, also dass das einfach überhaupt nicht stimmt und nicht stimmen kann. Ich weiß, ich sage jetzt so ein bisschen, dass derjenige hier gelogen hat, das will ich aber nicht unterstellen, weil ich einfach der Meinung bin, dass das vielleicht einfach auch nicht besser weiß. Denn diese Qualitätssicherung passiert ja nicht in Deutschland, sondern die passiert irgendwo in Europa, in einem Zentrallager, wo die Sachen ankommen. Und meiner Meinung nach kann es nicht stimmen, dass da ordentlich kontrolliert wird. Warum kann ich diese Aussage so ganz klar treffen? Das möchte ich hier jetzt auch erläutern. Wir haben nämlich von den insgesamt 12 oder 13 Gigbars, die wir bekommen haben, über die Hälfte zurücksenden müssen. Eben aufgrund von Mängeln. Und da war nicht nur der Mangel mit der Schraube, sondern da war auch mal ein Moving Head, der einfach durchgebrannt ist, der abgeraucht ist. Ich blende dazu auch ein Video ein. Wie gesagt, ihr könnt euch bei mir hier sicher sein, ich bin immer sehr, sehr transparent. Und Gott sei Dank hat der Kollege aus meinem DJ-Team da zufällig auch die Kamera drauf gehalten. Ja, wir haben dann diese Gigbars eingeschickt und haben wirklich Wochen, teilweise Monate lang auf die Gigbars gewartet, bis sie wieder zurückkamen. Und klar, Chip-Krise, ja, man darf das alles nicht vergessen. Ja, es war zu einer Zeit, zu der die Chip-Krise noch viel, viel krasser war, als sie jetzt ist. Es war zu einer Zeit, wo es im Suez-Kanal das Schiff plötzlich irgendwie quer stand. Es war zu einer Zeit, zu der generell in China, Taiwan und Co. noch Corona viel, viel mehr gewütet hat. Und die Beschränkungen dort auch noch viel, viel krasser waren. Also es war einfach eine schwierige Zeit, auch für Cheve Deutschland und für Cheve in der ganzen Welt. Und das muss man an der Stelle auch definitiv hier sagen. Nichtsdestotrotz fand ich die Kommunikation nicht ausreichend gegenüber von den Leuten, die bei mir im Team sind, die mir natürlich immer wieder berichtet haben, dass sie noch nichts gehört haben. Also wir haben quasi ein paar Bars über mich eingeschickt zurück und ein paar DJs haben die auch selbst sich drum gekümmert, um den Service. und was über mich ging, da muss ich sagen, da war der Service ja anders, aber jetzt auch nicht gut. Ja, muss man auch sagen. Also ich hätte mir da auch gewünscht, dass es irgendwie schneller läuft. Aber klar, da war vielleicht Cheve DJ auch einfach ein bisschen die Hände gebunden. Was ich halt finde, was überhaupt nicht ging, also ein DJ aus meinem Team zum Beispiel, der hat einfach monatelang nichts von seiner Bar gehört. Gar nichts. Null. Noch nicht mal irgendwie, wir sind dran oder wir haben gerade Probleme, irgendwie eine Mail, es gibt Probleme beim Versand, wir kriegen die Teile nicht oder sonstiges. Wir haben einfach gar keine Information bekommen und das finde ich, das darf halt nicht passieren. Also das darf einfach in so einem Unternehmen nicht passieren und schon gar nicht, wenn ich halt im Vorfeld sage, dass wir ein bisschen teurer sind, weil wir die Qualitätssicherung so krass machen. Ein weiteres Erlebnis, was diese Aufstraubmutter angeht, war dann das Ergebnis der Reparatur. Ein DJ aus meinem Team hat also seine Geekbar eingeschickt, weil eben diese Aufstraubmutter sich gelöst hatte und bekam seine Geekbar-Move wieder zurück in einem Zustand, da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte, weil das hätte, also ich habe noch nie in meinem Leben geschweißt und ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich hätte es genauso gekonnt. Also es war wirklich, schaut euch die Bilder an, das war wirklich schlecht umgesetzt. Im Nachhinein muss man jetzt sagen, inzwischen ist alles ausgetauscht, alle Probleme wurden von Chewy Deutschland zu unserer vollen Zufriedenheit inzwischen gelöst. Das muss man wirklich auch erwähnen. Aber der Weg, bis es jetzt dahin kam, den fand ich einfach nicht gut. Da war der Service nicht gut, da war die Kommunikation leider auch nicht gut und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, Chewy Deutschland, Chewy International, wie auch immer, ich weiß nicht, woran es gehakt hat, da müsst ihr auf jeden Fall dran arbeiten, weil das gehört eben auch dazu und ich muss sagen, auch wenn meine Sachen hier einwandfrei funktionieren und ich auch Leute im Team habe, das muss ich ja auch sagen, ich habe ja auch Leute im Team, die haben ihre Bar bekommen, die hat von Anfang an funktioniert und die hat nie Probleme gemacht. Das gibt es auch und ich weiß auch, dass es irgendwie an einem verbauten Netzteil oder so hing, dass eine Charge irgendwie das eine Netzteil hatte und eine andere Charge das Netzteil hatte und dass es irgendwie nicht zusammengepasst hat, was auch immer, ich bin ja kein Techniker, aber es darf halt nicht passieren. Das ist eine Sache, die kann passieren, ja, kann passieren, wenn es passiert, richtig scheiße, dann muss ich aber richtig Gas geben, dann muss ich meinen Kunden schreiben, passt auf, Leute, wir kriegen die Teile nicht, ja, zwei Wochen später, nochmal eine Mail raus, sorry Leute, die Teile sind immer noch nicht da, jetzt sorry Leute, die Teile hängen beim Zoll fest oder was weiß ich was, ja, die Leute mit Kommunikation bei Laune halten, das ist total wichtig und das hat uns, ehrlich gesagt, in dem Moment ein bisschen gefehlt und es ist ja auch so, dass man mit so einem Produkt ja auch rechnet, ja, man verkauft vielleicht, vermietet das Produkt schon und wenn man es dann über so einen langen Zeitraum nicht zur Verfügung hat, boah, das war schon schwierig, muss ich sagen und ich muss auch wirklich sagen, meine Jungs, haben mir da echt ein bisschen leid getan und ich habe mich fast schon auch ein bisschen geschämt dafür, dass ich das Ganze mit dieser Massenbestellung da organisiert hatte, weil jetzt so viele meiner Kollegen da einfach auch Probleme mit dem Teil hatten und ich ja jemand bin, der immer auf sehr, also sehr viel Wert auf Qualität legt und sehr viel Wert darauf legt, dass Service gut ist und die Service-Erfahrung, das kann man jetzt abschließend sagen, die war jetzt nicht gut bei Chevee DJ, das muss ich einfach, also kann ich leider nicht anders sagen, es liegt jetzt an der Arbeit von Chevee DJ, da ein bisschen Gas zu geben und das einfach anders aufzustellen für die Zukunft, ich bin mir sicher, dass Chevee DJ da auch draus gelernt hat, also ich hatte ja auch Telefonate und es tut denen auch leid, also es ist nicht so, dass denen das scheißegal ist, ich bin mir auch sicher, dass der Björn am allerwenigsten dafür kann, zum Beispiel, weil der hat halt einfach auch, der hat gesagt bekommen, die Geträte werden bei uns super gut geprüft und da gibt es ein extra Team und jedes Gerät wird irgendwie getestet und dann gibt er das ja auch noch nur weiter, er ist ja nicht selbst derjenige, der sie testet, ja, dementsprechend trifft ihn da auch keine Schuld, ich glaube nur, dass er in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger mit der Aussage sein wird, dass da alles so gut geprüft wird, insgesamt muss ich sagen, ich bin super zufrieden damit, ihr seht sie hier, ihr habt sie in meinen Stories, Instagram Stories, Videos und so weiter sicherlich auch sehr viel gesehen, ich habe sie ja jetzt immer im Einsatz, ich bin super zufrieden damit, das ist ein super Produkt, gerade in Kombination mit den Moving Heads noch, dass es alles so aufeinander abgestimmt ist, da bin ich ein riesen, riesen Fan davon und ich kann unterm Strich dieses Setup, so wie es hier steht, also mit den Moving Heads oder auch nur die Geekbar Move wirklich mit bestem Gewissen empfehlen, ja, weil ich jetzt auch weiß, dass die nächste Charge, die jetzt geliefert wurde, fehlerfrei ist, also man hat da nachgebessert, die Schraube hinten, die wurde besser verschweißt, das Problem mit dem Netzteil wurde gelöst, es gibt auch ein Firmware-Update für die Geekbar und ja, damit sind die Probleme aus der Welt geschaffen, von daher könnt ihr die guten Gewissens auch kaufen, aber wie gesagt, man muss auch die Dinge erzählen, die nicht so gut laufen und ihr wisst es, da bin ich immer sehr transparent und es ist mir auch wichtig, dass ihr das wisst, wie das gelaufen ist, von daher weiß ich, dass das Chevy DJ jetzt nicht gefällt, dass ich das, oder ich weiß es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Chevy DJ nicht gefällt, aber ihr könnt gerne ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, auch eure Sichtweise, würde mich sehr freuen und ja, jetzt würde ich sagen, schmücken wir das Ganze nicht weiter aus, es ist dumm gelaufen, ich freue mich auf die Saison 2023 mit der Geekbar Move und werde damit sicherlich sehr, sehr viel Spaß haben, auch mit dem DaiFi System, ist ein geiles System, was sehr viel Spaß macht, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, bye bye, bis zum nächsten Video.